Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Es geht World. Hinter mir ist jetzt der Bahnhof, den wir in der zweiten Siedlung gebaut haben, mit ziemlich viel Aufwand. Den ersten Teil von dem Bau haben wir aufgenommen, da werdet ihr jetzt ein paar Videos zu sehen. Bitte abonniert auch unseren Kanal und liked das Video. Jetzt aber erstmal viel Spaß damit! Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von uns hier auf dem Minecraft Es geht Server. Wir sind heute mal wieder einmal in der anderen Siedlung und wir haben hier ein kleines neues Projekt. Und zwar haben wir ja hier schon, wie ihr gesehen habt, die Straße fertig mit dieser schönen Bahnverbindung. Und jetzt wollen wir einfach mal hier auch in der anderen Welt einen kleinen Bahnhof bauen. Und wir haben uns einfach mal alle versammelt und fangen jetzt mal hier an, hier alles erstmal so ein bisschen eben zu machen. Und mal zu überlegen, wie wir überhaupt bauen. Mit dabei heute sind Melli. Hi. Der Christian. Hallo. Der Fazkai. Hallo, hallo. Der Dennis. Hallo. Der Julian, der heute das letzte Mal mitspielt. Und der Michel, ne? Jo. Jawohl, das werden dann alle. Der Channel ist ganz schön voll. Ja, geht, ne? So. Also ich würde sagen, wir machen das erstmal hier alles auf die Ebene von den Gleisen. Wäre zumindest sinnvoll. Jo. Hm. Also von dem Andesinnstein, da habe ich, keine Ahnung, wirklich vier Doppelkisten oder so vorn voll. Also daran sollte es erstmal nicht mangeln. Andesit oder Diorit? Äh. Was ist davon immer das Weiße? Das weiß ich gerade gar nicht. Diorit ist da weiß ich. Okay. Muss ja nur gucken, dass wir den poliert kriegen, ne? Jo. Das geht ja eigentlich. Das sieht überhaupt nicht noch ein bisschen anders aus, also besser aus. Sollen wir hier mal kurz die, ähm, äh, Blöcke hier, die nach oben gehen, einmal kurz abreißen oder sollen die stehen bleiben? Welche Blöcke meinst du? Die, ähm... Meinst du die Säulen hier? Ja, die Säulen, genau. Ja, das ist nicht, können wir ruhig abbauen. Machen wir erstmal weg und dann gucken wir irgendwo. Weil jetzt nicht so viel Arbeit hier zu setzen. Ja, das glaube ich. So. Eine stundenlange Planung wird innerhalb von fünf Minuten... Abgerissen einfach. Unglaublich. Wir brauchen ja wahrscheinlich auch ziemlich viel Glas, also ich habe keine Ahnung, bestimmt noch 20 Stacks Sand oder so, aber ich kann doch einfach ein paar Ofen anschmeißen, dann könnte ich das schnell oder so etwas verformen. Wir können auch Sand, ja, so, müssen wir haben, aber direkt hinter, ähm, Patricks Haus ist auch noch eine fette Wüste. Soll das Glas dann in ganz normal durchsichtigen Glas verarbeitet werden, oder? Das müssen Glasblöcke sein, sonst geht das nicht, das müssen Blöcke sein. Ja, nein, ich spreche von, ähm... Achso, ob es weiß ist oder bunt? Ja, ob es genauso blaufarbig werden soll, wie der Bahnhof, äh, in der SG-Zielung, oder... Ja, wie ihr wollt, ne, also... Ja, also, ja, mir egal, könnt ihr entscheiden. Muss man die dann alle einzeln färben, oder was? Ähm, stackweise, also, ja. Das ist mir eigentlich egal. Brauchst halt Farbe und dann muss das halt deckweise einfärben. Jo, also mir eigentlich egal, wie ihr wollt. So. Ähm, ich kann wohl eben rüberfahren, da müssen meine Zuschauer hier mitkommen. Und, ähm... Wie heißt, Sand auf jeden Fall holen. Und, äh, Gras. An, warte, war das jetzt Diorit oder Andi Sint? Dings, Diorit, ne? Diorit. Ich hole mal einfach, ähm, ganz viele Kisten eben. Hier, macht ihr Tag, oder sollen wir hier ausleuchten, eben, dass ihr nix spawnt? Ich kann wohl eben. Schade, Mann. Ich hole mal auch eben alles, was ich an Stuff dabei hab. Brauchen wir vielleicht Steine? Ich kann auch mal eben kurz... Ja, für den Boden vielleicht. Wir brauchen auf jeden Fall normale Wooden Planks, würde ich sagen. Und hier sind, also Redstone Lampen würde ich jetzt nicht verarbeiten, weil das ist ja schon ein bisschen aufwendiger. Wir könnten zwar, also wir... Was könnte man da gut nehmen? Irgendwas dunkles, ein dunkles Material, was wir zwischen, ähm, die, ähm, Diorit-Blöcke bauen. Weiß ich nicht, da können wir einfach... Cobblestone, würde ich sagen. Cobblestone? Ich glaube, ja. Wir können auch Bricks einfach machen, oder? Oder, ja, wir... Dings, warum nutzt ihr nicht Lavastein? Lavastein? Ah, Dings. Ach, Netaziegel meinst du? Zum Beispiel. Ja, wir könnten... Das ist auch sehr dunkel. Meinst du Netazstein, einfach den ganz normalen, oder? Nein, den, wenn, Dings, ich weiß grad nicht, wie der heißt, wenn du Lava löscht. Obsidian. Obsidian, genau, danke. Ach, Obsidian. Ja, mit meiner Spitzhacke kann ich einen, da brauche ich vier Sekunden, um den abzublauen, mit Effizienz, ähm, fünf. Das könnte man machen im Notfall, aber... Ich könnte auch jetzt in den Neta gehen und jede Menge Neta-Stein-Picken gehen und das dann alles komplett brennen, damit wir da Neta-Ziegel haben und aus dem... Warte, ich mach das mal, ich will mal wissen, wie das aussieht, ich weiß, ich kann die gar nicht. Also von Andesint habe ich hier 20... Absinnt. Ich habe hier sogar schon... Andesint. Ach, aber wechselt es immer Diorit, sorry. Ich habe sogar schon keine Ahnung, wie viel Stacks poliert ein Diorit. Ich bringe das einfach mal alles mit. Also ihr braucht Dunkels, richtig? Ja, warte mal. Ja, ich bringe mal einen mit, guck mal, ob für dich das dunkel genug ist. Warte, ich bringe mal eben vier Neta-Ziegel. Ach, das sind dann die, die auch in den Höllenfestungen sind, ne? Ja, genau. Ja, die sind eigentlich ganz nice. Ja, okay, dann gehe ich die jetzt picken, jede Menge. Ich glaube, ich habe auch noch keine Ahnung, wie viel Stacks. Ich habe auch noch 20 Stacks Neta-Stein, die haue ich auch mal in den Ofen. Ja, ich sammle da mehr, weil wir brauchen wahrscheinlich einiges, ne? Jojo, da brauchen wir einiges. So. Ich glaube auch nicht, dass wir das Ding so schnell fertig bekommen. So. So, nee, das sieht ganz nice aus mit den Ziegeln. Ja, doch. Ja, doch, die sind ziemlich gut, ja. Okay. Dann, nee, für die. Erstmal Inventar aufräumen. Oh, muss sein. So, ich habe jetzt schon mal die Bahnfahrt gezeigt. Oh, Mann. Auch interessant, ja. Ja. Ich habe extra für unsere Zuschauer alles gezeigt, was so auf dem Weg war. Links und rechts und oben. So muss das. Uh, dann haben sie ja auch die ganz spannende Wüste gesehen. Ja, die war echt geil. Braucht ihr die jetzt Sand oder noch nicht? Ähm, warte mal. Ich habe auf jeden Fall in der Kiste da im Empire State Building Bild, da brauchen wir ja auch ziemlich viel Glas. Ja. Ich gucke da gleich mal nach, wie viel ich da noch habe. Aber wenn du möchtest, ich kann dir so lange eine Effizienz-Vierschaufel geben oder so, dann kannst du schneller fahren. Soll ich jetzt die hellblaue Farbe mitbringen oder soll was neutral in Durchsicht die Platten? Also irgendwie, also weiß ist ja immer ganz nice. Haha, aber entscheidet ihr das euch? Ja, entscheidet du das. Ich? Ja. Naja, ihr seid ja jetzt aus der zweiten Siedlung. Ja, dann würde ich sagen, wir lassen das weiß, dann ist das weniger Arbeit und das sieht trotzdem ganz okay aus. Alles klar. Okay. Kein Problem. So, den ganzen Diuret mal mitnehmen. Was haben wir noch gesagt? Ein bisschen, ähm, Holz. Hier. So. Hast du den polierten Diuret schon? Hallo. Hallo. Ich habe... Hi. Hallo. Ich kann mir gleich mal sagen, wie viele Stacks polierten Diuret ich habe. Oh, okay. Dann Vielen Dank.